In der heutigen News-Folge geht es um Alle Teams bauen ein Testauto für 18 Zoll Reifentests Argentinien-Comeback Wieder Probleme in Miami In 9 Sekunden geht es los Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video In diesem Jahr werden alle Formel 1 Teams für die Entwicklung der 2021er Reifen ein Testauto zur Verfügung stellen Das hat Pirelli Manager Mario Isola bestätigt In diesem Jahr wird Pirelli 25 Testtage plus den dreitägigen Abu Dhabi-Test absolvieren Laut Isola seien alle Teams auf demselben Level, wenn sie ein Testauto bauen und keiner hätte dadurch einen Vorteil Das Testreglament der Formel 1 Saison sieht 2020 keine Testfahrten innerhalb der Saison vor Aber dafür gibt es einen zusätzlichen Tag beim abschließenden Abu Dhabi-Test Dieser fällt für Rookies aber weniger aus, weil Pirelli mehr Feedback von den erfahrenen Fahrern haben möchte 2019 durften Rookies zwei Tage lang mit maximal zwei Grand Prix-Starts für Teams testen Das ist 2020 anders, denn das wurde auf einen Tag reduziert Gerüchten zur Folge steht eine Rückkehr nach Argentinien wieder im Raum Die gab es allerdings bereits im letzten Jahr Der neue argentinische Staatsminister für Tourismus und Sport, Matthias Lammens, hätte die Formel 1 gerne wieder in Südamerika Mit staatlichen Mitteln soll das aber nicht finanziert werden, aber mit privaten Investoren wäre das machbar Insgesamt fuhr die Formel 1 dort 20 Mal und 1998 war die Formel 1 zuletzt in Buenos Aires zu Gast, aber dann war wegen wirtschaftlichen Problemen Schluss Seit 2014 fuhren dort die Superbikes, die MotoGP und die WRC Aber auch Südafrika-Gerüchte machen wieder mal im Netz die Runde Nähere Infos gibt es bis dato noch nicht In den letzten Tagen gab es vermehrt Beschwerden über den kommenden Miami Grand Prix und ein Großteil der Kommission lehnt diesen Grand Prix weiterhin ab Am 2. Februar sollte eine endgültige Abstimmung stattfinden, die wurde aber jetzt auf den 4. Februar verschoben Die Kommissarin der State County, Barbara Jordan, lehnte aber den Austragungsort des Motorsports im Hard Rock Stadium ab Man hat den Bürgern versprochen, dass, wenn die Formel 1 dort zu Gast ist, die Sessions erst um 15 Uhr Ortszeit beginnen Um die Rennstrecke zu bauen, vergehen 18 bis 24 Monate Laut f1i.com laufen die Verhandlungen mit den Anwohnern noch, so die Erklärung eines Veranstaltungsvertreters Für die nächsten 10 Jahre hat die Formel 1 mit Miami ein Handelsabkommen und nächstes Jahr im Mai soll der Grand Prix stattfinden Es gab auch noch Gerüchte für einen weiteren Austragungsort namens Miami Gardens, doch das wurde nichts Kommen wir zu Mikes Meinung Ich bin auf die Testtage gespannt und gerade auf das Feedback der Fahrer, ob der Reifen gut oder eher schlecht ist Eine Rückkehr nach Buenos Aires? Hmm, kommt auf das Layout und natürlich auch auf die Spannung an Denn ich habe keinen Bock auf ein Rennen, das ungefähr so spannend ist wie ein Sack Reis Miami-Beschwerden hier, Verschiebungen dort, also langsam bekomme ich echt Zweifel, dass es überhaupt noch etwas mit dem Grand Prix wird Hier kann man nur abwarten Und nun zum Community-Kommentar Der heutige Community-Kommentar kommt von Noel Er schreibt So ein Reporter, der ganz eng mit Ferrari zusammenarbeitet, sagte, dass Ferrari nur die Probleme vortäuscht, dass man nicht wieder denkt, Ferrari wäre das Top-Team Der Reporter heißt Leo Torini und das kann ich mir nicht vorstellen Bin mir auch nicht sicher, dass sie das Verbreiten von solch falschen Meldungen je gemacht haben Was denkt ihr über Noel's Kommentar? Schreibt es in die Kommentare Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video Und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao